Hi, ich bin Sebastian, Gründer von RealNode und wir bauen mit Augmented Reality ein soziales Netzwerk. Das heißt, mit RealNode kann man Texte an eine Fassade posten oder Bilder an eine Parkbank posten. Das ist ein bisschen so, wie als man noch Pokémons gejagt hat, bloß dass man eben nicht Pokémons jagt, sondern Content von anderen Usern. Die Idee dazu kam uns, weil wir uns schon vor ein paar Jahren mit Augmented Reality auseinandergesetzt haben, damals noch in einem eher industriellen Bereich. Und wir hatten eigentlich von Anfang an immer diese Idee, dass es eigentlich viel cooler wäre, eigenen Content in die Welt zu posten und jeder sieht den. Und vor einem guten Jahr jetzt haben wir uns entschlossen, dass wir die Idee verfolgen und sind jetzt seit einem halben Jahr auch im Hub vertreten und versuchen bis Ende dieses Jahres, Herbst dieses Jahres, die App auf den Markt zu bringen und hoffen, dass wir dann da auf große Resonanz stoßen. Wer up-to-date bleiben will und unsere Entwicklungen verfolgen will, kann sich gerne bei realnote.de in unseren Newsletter eintragen. Da halten wir alle auf den neuesten Stand, wie weit wir sind mit den Entwicklungen. Wir haben auch Instagram, Twitter und Facebook, sodass ihr es nicht verpassen werdet, wenn wir launchen. Und ich hoffe, dass ihr alle euch dann die App runterladet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.